Also ich habe selten den Effekt, dass ich ein Buch lese und denke, ja so möchte ich jetzt auch schreiben. Ich habe aber ein ganz tolles Buch gelesen kürzlich, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Das war das Mädchen von Angelika Klüssendorf. Ich glaube, es hat mich beeindruckt, weil es ein unglaublich hartes und dennoch unglaublich berührendes, also weichmachendes Buch ist.